König Charles, harsche Kritik seinen Muttertagspost Die Briten haben am 19. März den Muttertag gefeiert. Aus diesem Anlass hat der offizielle Instagram-Account der britischen Königsfamilie liebevolle Muttertagsgrüße im Namen von König Charles. 74, und Königin Camilla, 75, veröffentlicht. Der Post zeigt Charles als Kleinkind mit seiner Mutter und ein altes Foto von Camilla und ihrer Mutter. Trotz der schönen Bilder und den liebevollen Worten, die das Paar zu den Aufnahmen schreibt, gibt es viele Stimmen, sie sich wütend zeigen. Royal-Fans stören sich besonders an drei Details und machen ihrem Ärger unter den Aufnahmen Luft. Was so viele Sauer stimmt, erfahren Sie im Video. Verwendete Quelle, Instagram.com